Puff der Idiot hat sich verbrannt. Fick dich. Genau den Finger hat er sich verbrannt. Ich habe vorher in den Arsch gestellt. Ne den hier. Wie ist es? Ja. Geh vor ne Kamera du Schwuchle. Horns. So er ist der Oschi. Ja ist halt der einzige Kuhle hier. Er spielt sich gerade an Eier rum. Moment. Dann macht er mit seinen Fuß. Das sieht man jetzt noch nicht. Das macht der Puff eigentlich gerade weil er wieder rumschwuchtelt. Ich spiele nur mit meinem Handy. Hier. Wie lange geht das Video? Weiß ich nicht. Einfach drauf halten. So lange wie ich will. Das geht acht Minuten. Einfach auf den Kopf halten. Da passiert schon mal. So schwul sieht er aus. So scheiße kann der Mensch aussehen. Und nochmal auf den Puff. Die Kamera geht kaputt. Ich hoffe. Sie löst sich auch. So kurz mal hier durch die Location schwanken hier. Jawohl. Schwanken statt schwenken. Sehr gut. Ja. So nochmal auf die Straße. Oschi sag mal was. Gib mal ein Statement ab hier. Ja. Es ist gerade ziemlich cool hier. Wir sind ja gerade am chillen. Und der Puff ist ein bisschen schwul heute hier drauf. Geht mal. Du Horns. Hau durch! Hör durch! Hör durch! Hör! Hör. 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 Vielen Dank.